Hallo Leute, was geht? Willkommen zu dem Video, bei dem wir uns jetzt fürs kommende Splatfest eintragen müssen. Ich hätte es beinahe vergessen, aber ihr seht ja. Nächstes Wochenende ist ein Splatfest, was ich Livestream werde. Zu dem Typ da hinten, dazu kommen wir in der nächsten Splatoon-Folge. Es geht darum, und das ist tatsächlich das nächste Splatfest-Thema. Wir müssen auswählen, ob wir das Klopapierende vorne oder hinten haben wollen. Geil Nintendo, muss ich es echt sagen. Was ist das denn für eine Frage? Gibt da noch eine Möglichkeit? Sehr gut, da kommen wir zu diskutieren. Ich würde sagen, in diesem Fall links, oder? Also, dann ist ja immer gesagt, ich nehme einfach aus Prinzip Marina, also rechts. Aber ich habe das Splatfest auch immer vorne. Und ich werde mich de facto auch jetzt dafür entscheiden, dass ich das vorne habe. Deshalb werde ich das Splatfest vorne nehmen. Ne? So, das Upgrade-Gedönse muss man leider auch noch kurz durchgehen, damit wir dann das Splatfest auch auswählen können, was das eigentliche Ziel dessen kleines Videos hier ist. Krasse Tatsache. So, komm, komm, komm. Bankkampfverfahren sind jetzt uninteressant für uns. Ich finde es immer noch so blöd, dass man die Nachrichten nicht überspringen kann, ne? Was wir uns gewünscht hätten, irgendwie. So. Ah, albernigsten Typ 8. Nichts jetzt. Wieso hattest du mir auch diesen unbequemen Hacker zugegeben? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass du dir die Hälfte des Bildes wecknimmst. So. Ist auch nur so eine Riese, ey. Ja, warum setzt du mich dann auch höher als dich? Ich glaube, ich setze mich auch auf den Hockern. Wie muss ich das schauen, wie es so ausgeht? So, ah, da will ich gar nicht mehr, ob das heißt. Jetzt habe ich einen Denkfehler gemacht, weil ich mit dir geredet habe. Ja. Raus hier. B. 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 So. Wir wollten uns auf das Blattfest eintragen. Ah, da, da, da. Also, gehen wir jetzt da hin. Also, ich finde das Thema ist so besäuert. Ja, wir nehmen Glupapier vorwärts, aber ey. Vorwärts. Habe es immer so. Ganz ehrlich. Oh, das gibt es das alles mit dem Blattfest-T-Shirt, wo wir mit Glupapier drauf sind. Finde ich super, das solltest du tragen. Na, ist toll, Nintendo Europe. Ja, gut. Ja, esst du. Was eigentlich findest du vorhinten? Da macht gar keiner. Ne? Ja, so habe ich das Gefühl, wie ich das mir erst mal gelesen habe. What the fuck? So ungefähr. Also, na, wie ist ein Team vorne? Was seid ihr für ein Team hinten oder vorne? Nächsten Samstag auf Sonntag ist ja das Blattfest. Wird mich freuen, wenn ihr da mitspielen würdet. Ich werde es natürlich live übertragen. Kein 12 Stunden Stream, aber einfach so mal ein paar Slots spielen. Jetzt hoffe ich, wir sehen uns dann nächste Wochenende zum Blattfest. Und davor normal zu Splattun Online und Story Mode Parts. Dem wir jetzt auch gleich live streamen werden im Anschluss. Deshalb sitzt dieser Typ auch hier. Leider. Also, ciao Leute. Ich finde es super. Natürlich finde ich es super, das war mir klar. Ciao.